Das ist der langweiligste Nachrichtentag in der Geschichte der Monster High. Wenn ich nicht bald eine Sensation melde, dann werde ich... Oh, Leben! Es muss in unserer Schule doch irgendein pikantes Gerücht geben. Hey Dad, was gibt's? Was? Echt? Ich wittere eine Sensation! Du hast Tickets für Justin Beiter gekriegt! Wetten, sie geht mit ihrer besten Freundin hin? Und wir werden erfahren, wer es ist, wenn sie sich entscheidet. Habt ihr gehört? Frankie geht mit mir zum Justin-Beiter-Konzert. Mit dir? Ja, natürlich. Du trägst ja noch gar kein Trikot. Was? Oh, ja, ich wollte es gerade anziehen. So ist es gut. Wahre Freude verspürt man auch nur, wenn man richtig anfeuern kann. Sie wollte nur nett zu dir sein. Ich bin ihre beste Freundin. Draculaura! Bringst du mich bitte hier raus? Ach nee. Glaubt ihr, es ist unhöflich, wenn man Kopfhörer im Konzert trägt? Du? Wen nennst du hier einen Rüpel? Den ich war dann immer noch in der Monster-Vorschule. Nein. Und wieso benimmst du dich dann wie ein Kleinkind? Was würde deine Schwester Minnie sagen, wenn sie dich jetzt sehen könnte? Nein, bitte, du verrätst dir doch nichts. Dann lass ihn sofort in Ruhe. Danke. So was ist doch typisch für Frankie. Du bist Frankies beste Freundin? Julia, er muss dich einfach mögen. Er will, dass du mit ihm und seinen Brüdern zusammen Mittag isst. Los, sei nicht schüchtern. Ich komme auch mit. Und stärke dir den Rücken. Ratet mal, wer mit Frankie zum Konzert geht. Was? Wir regeln das jetzt lieber gleich. Frankie, schau dir das mit. Wer geht mit dir zum Konzert? Wow, wow, wow. Ich nehme keine beste Freundin oder Freund mit zum Konzert. Oh. Ich gehe mit. Meinen besten. Freundin hin. Ihr kommt alle mit. Oh. Warum steht dann in Spectra's Blog, dass du nur eine von uns mitnimmst? Keine Ahnung. Eine gute Frage. Ich brauchte unbedingt eine Sensationsgeschichte. Vielleicht habe ich dadurch die ein oder andere Tatsache verdreht. Ich mache mich lieber mal unsichtbar, schließlich bin ich ein Gespenst. In dieser Folge von Monster High, wahre Monstergeschichten. Toralize Stripe. Toralize Stripe. Eine der berühmt-berüchtigsten Schülerinnen an der Monster High. Die bösen Streiche dieser Wehrkatze erschrecken selbst die Herzen der tappesten Monster High-Schüler. Was bringt dieses zänkische Kätzchen zum Schnurren? Die Antwort müssen wir in der Vergangenheit suchen. Sie hat Toralize zu dem gemacht, was sie heute ist. Sie war die kleinste eines Sechserwurfs und musste um alles kämpfen, was sie haben wollte. Alle Kätzchen des Wurfs wurden adoptiert. Oh, Scarab, sind sie nicht entzückend? Alle, außer Toralize. Toralize lernte schnell und überlebte, indem sie schlau und gerissen handelte. Aber meist ist alles nur eine Frage der Zeit. Sie landete da, wo viele Straßenkätzchen enden. Im Tierheim. Dort traf sie auch ihre Wehrkatzen-Schwestern, Persephone und Miaulody. Gemeinsam regierten sie das Tierheim mit eiserner Pfote. Wir müssen einfach nur herausfinden, wer hier das Sagen hat, und dann zeigen wir ihnen, wer wirklich der Boss ist. So hätte es ewig weitergehen können, wenn nicht eine sehr wohlmeinende Direktorin ihre Pläne durchkreuzt hätte. Junge Damen, ich leite eine Schule namens Monster High. Es ist ein Ort, an dem ihr aufwachsen und lernen könnt. Ich denke, ihr seid dort genau richtig. Oh, ich sehe das als ein Jahr an. Natürlich war Toralize glücklich, an der Monster High zu sein. Aber eine Katze lässt eben das Mausen nicht. Okay, wie immer nach den alten Regeln. Wir finden heraus, wer das Sagen hat und zeigen ihnen dann, wer hier der Boss ist. Und danach regieren die Coolen in Ruhe die Schule. Also, wer ist Toralize? Liebe Freunde, mit Sicherheit werden wir das nie wissen. Das war... Monster High! Wahre Monster-Geschichten! Und, hat's dir gefallen? Soll das ein Witz sein? Ich liebe es! Heute ist ein historischer Abend für dich, liebste Golia. Dein erster Kuss? Tja, jedenfalls hat Juice gesagt, dass Slow Mo gesagt hat, dass er dich heute bei unserem Doppeldate küssen will. Wichtig ist, nichts zu übereilen. Danke. Sei einfach du selbst, dann kann gar nichts schief gehen. Der Lieblingsgott meines Vaters! Wir haben irgendeinen Zauber ausgelöst und unsere Körper getauscht. Oh nein, die Jungs sind schon hier! Mund auf! Ihr wisst ja, wo's reingeht! Slow Mo darf dich auf keinen Fall küssen! Mich! Leo? Ja, ich komme! Wir müssen sofort eine Lösung finden! Was wollt ihr bestellen? Du wirst doch wohl nicht krank, mein Schatz. Wie wär's mit einem heißen Tee? Golia? Ähm, au! Was? Ähm, au! Oh, Kräuter! Schau in meine Tasche, sieh nach, ob du einen Umkehrzauber findest. Es ist mir völlig egal, ob du das für albern hältst, Golia! Hä? Ähm, du? Pass auf, Bruder! Die steht echt auf dich! Wir küssen sie einfach gleichzeitig, dann kommt das nicht merkwürdig! Ich weiß, was dein erster Kuss dir bedeutet hat, Golia! Sieht so aus, als würde er an einem... Ich bin wieder ich! Der Kuss hat alles zurechtgerückt, Golia! Okay, Tänzerinnen, das Vortanzen beginnt in fünf Minuten. Ich hoffe, jeder von euch kann mich beeindrucken. Hey! Invisibili, pass auf, wo du rumfegst! Entschuldige! Na, Hallöchen! Hey, Operetta, ein gruftig cooles Outfit! Danke, ihr seht aber auch toll aus! Dein Tanz wird echt stylisch! Ich weiß, und ihr solltet versuchen, euer Bestes zu geben! Ich hab ein ziemlich gutes Gefühl, was meine Chancen angeht! Träum weiter, Operetta! Ich bin voll gut drauf! Es gibt nur einen Solopart und der geht an mich! Wie süß, dass du so denkst, Holly! Hey, jetzt weih, hör doch bitte auf zu streiten! Jeder hat eine faire Chance! Ja, finde ich auch! Ich denke sogar ich! Tschuldige, ich bin ja wirklich nicht gern unhöflich, aber du hast zwei linke Steinfüße! Vielleicht solltest du besser hinter der Bühne arbeiten! Okay, Tänzerinnen, auf Position! Fünf, sechs, sieben, acht! Oh, Schätzchen, ich brauche Platz, um glänzen zu können! Das war schon ganz gut! Haltet euch für euer Solo in der zweiten Runde bereit! Laguna, du fängst an! Entschuldige, sei nicht traurig, Rochelle! Pauline Wulf! Die Mädchen haben recht! Meine Füße sind wirklich aus Stein! Du tanzt trotzdem gut! Eine Solo-Tänzerin muss springen und sich in der Luft drehen können! Und ich kann davon beim Besten bin ich nichts! Pass auf, vielleicht kriegst du das doch hin! Komm schon, ich hab ne gute Idee! Die letzte Tänzerin, Rochelle! Oh, ich weiß noch nicht, ob ich mir das ansehen will! Wollen wir hoffen, sie macht sich nicht allzu lächerlich! Bravo, bravo! Du hast die Erdanziehung besiegt! Ja, Rochelle, du hast die Rolle! Oh, Invisibili! Ich danke dir! Kein Problem! Aber was, wie war das denn? Hat sie das nur hinbekommen! Wer weiß, wer weiß! Cleo, ein Riesennotfall! Ich brauche so viele Mullbinden, wie du erübrigen kannst! Nicht für mich! Danke! Hey, sei vorsichtig! Das sind Designer-Mullbinden! Weißt du, wo Venus ist? Sie hat mich um drei Liter destilliertes Wasser gebeten! Sofort! Was immer das heißt! Ja, und wir sollten ihr das allergrößte Thermometer bringen, das wir finden können! Was hat dieses Monster Girl vor? Halte durch, mein Großer! Venus? Schnell! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Meine Gustier-Mullbinden! Cleo, das ist der älteste Baum an der Monster High! Er steht hier seit Hunderten von Jahren! Was ist mit dem Ding? Äh, ihm! Es sind seine Wurzeln! Ich habe alles versucht, aber nichts funktioniert! Er hat nicht mehr lange! Es besteht noch Hoffnung! Irgendjemand muss helfen können! Ein Lehrer, ein Wissenschaftler... Goliath? Mutter! Mutter Natur! Wenn, dann sie! Mutter Natur! Eine große Eiche ist in Gefahr! Überlegt, was der Baum euch bedeutet! Dann erweckt ihr mit Liebe wieder zum Leben! Ich hab's! Ruf Cleo an! Sag ihr, sie soll alle Monster der Schule zum Baum bringen! Mach schnell! Oh, danke, Mutter Natur! Zum Leben! Was gibt's denn, Cleo? Wieso rufst du uns alle zu einer Versammlung vor diesem überproportionalen Stück Feuerholz? Au! Er ist kein Feuerholz, Heath! Er ist ein lebendiger Teil unserer Geschichte! Ich habe unter dieser Eiche meine besten Storys geschrieben! Ich habe fünf Fußbälle in diesem Baum verloren! Gulia, soweit ich weiß, hast du doch auch immer hier gelernt! Und Claude und ich hatten hier unser erstes Date! Seht ihr? Er hat unsere Initialen eingeritzt! Oh, seht doch! Das hat mir toll gemacht! Oh, ja! Bist du schon aufgeregt? Total aufgeregt! Es ist Cleo, bist du auch aufgeregt? Total aufgeregt! Gulia, bist du auch aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt, ist doch klar! Frankie, bist du auch aufgeregt wegen Morgan? Was ist denn Morgan? Komisch, die Verbindung ist abgebrochen! Oh, morgen, lieber Frankie Stein, ist Fototag! Äh, ja und? Ja und? Frankie, du solltest niemals unterschätzen, wie wichtig so ein Fototag ist! Ein Foto ist was für die Ewigkeit! Ja, wie ein Schneemann! Aber Schneemänner schmelzen! Nicht, wenn man sie richtig baut! Genug mit eurem Gequatsche! Wir haben noch eine Menge zu tun! Was ist denn zu tun? Die große Pyjama-Fan-Die-Mode-Show! Nein! Wie ist denn aus für Zwillinge? Oh, wie spät ist es? Hm, alles im grünen Bereich, erst acht. Aber die Fotos werden um acht gemacht. Schnell, Ballung! Wir müssen uns auch noch fotografieren, bitte! Tut mir leid, Mädchen, aber ich muss jetzt zur nächsten Schule. Aber wir waren die ganze Nacht wach und haben unsere Outfits zusammengestellt. Ihr könnt in der nächsten Woche wiederkommen. Da mache ich die Nachzügler-Fotos. Oh, Baira. Was für ein Glück. Ihr kommt nächste Woche wieder. Nächste Woche? Das bedeutet, dass wir nur sieben Tage Zeit haben, unser neues Outfit vorzubereiten. Nein, Kita! Schnell! Wie heißt nochmal der Neue? Ryder, ich wette, dass er ein guter Sportler ist. Wenn ich mir diesen Block so ansehe, ist der ganz schön krass. Oh, Claude, würde sich ein Bein ausreißen für ein weiteres Mitglied im Labyrinth-Skaten-Team. Oh Mann, hier ist es ja echt Monster. Krass! Ähm, hi. Die Monster-Hi ist die Schule, wo du ganz du selbst sein kannst. Was kann ich als erstes tun? Hm, vielleicht zeigen wir ihm nicht unbedingt die Sportangebote. Nicht, dass er sich verletzt. Ryder, warte! Schön, Schreibkurs. Super krass, richtig? Wir haben für dich schon ganz viele Aktivitäten geplant. Den Bücherclub, den Nähclub, die Stein- und Kieselgesellschaft. Das macht ihr hier, wenn ihr Spaß haben wollt? Mhm. Ich habe so viel gruselig abgefahrene Sachen über die Monster High gehört, aber nichts davon stimmt. Ryder, warte! Weißt du, wo Ryder ist? Ja. Kann sein, dass ich ihm vom Skate-Team erzählt habe. Und das Skaten das Coolste ist, was man hier machen kann. Was? Nein! Juhu! Wie konntest du ihn auf die Skatebahn lassen? Labyrinth-Skaten ist monstergefährlich! Hey, dasselbe haben wir dir gesagt, als du unbedingt skaten wolltest. Vielleicht weiß er ja selbst viel besser, was er kann als wir. Na bitte! Ist alles okay? Okay, das war der Vollwahnsinn! Krasse Sache! Ich fahre sofort! Nochmal! Äh, meinst du echt? Du hast mir doch gesagt, dass ich an der Monster High ganz ich selbst sein kann. Ich bin nicht so ein Typ, der rumsitzt und Däumchen dreht. Das bin ich selbst! Ich verspreche, wenn ich Hilfe brauche, sage ich es. Okay? Ja. Äh, ich bräuchte jetzt wirklich Hilfe. Könnt ihr mir die Reifen anzünden? Ich versuche den Sprung nochmal! Es wird mal Zeit für das Tratsch-Phantom, den Zombies zu sagen, was gruftig ist und was nicht. Da gehen mir die Pferde durch. Seht euch mal diesen Mustang da vorne an! Oh, ein neuer Typ? Oh Mann! Hier steht, sein Name ist Archer. Noch mehr Konkurrenz! Oh, hey Schätzchen! Wahnsinn, dass man so einen stattlichen Hengst wie dich in dieser Schule trifft! Oh, netter Versuch, Landmaus! Sieh mir mal genau zu, ich zeig dir, wie's geht! Oh, ups! Ich ungeschicktes kleines Kätzchen! Könntest du mir vielleicht helfen, du hübsches Pferdchen? Oh, du gehörst bald mir! Oh nein, Herzchen! Der hatte gar keinen Blick für dich! Heute Mittag schaut er mit den Hufen vor meiner Tür... Oh, träum weiter! Run! Oh, ich wünschte, irgendjemand würde mir ärmsten helfen, die Treppe runterzukommen! Ich treib jetzt mal darüber und organisiere mir ein Essen zu zweit! Lass die Pfoten von ihm, er gönn mir! Du wachst es? Auch schon gemerkt? Schnell, wir müssen das sofort beenden! Bist du verrückt? Willst du etwa unseren Spaß beim Mittagessen ruinieren? Ich glaube, wir beide haben hier was zu klären! Ja! Komm schon! Okay, sag uns, auf wen du mehr stehst! Weißt du was? Du kannst ihn haben! Er ist nicht mein Typ! Oh, nein, vielen Dank! Auf die Art Monster stehe ich nicht! Oh, Skara! Weißt du an, welche Zahl ich gerade denke? Keine Ahnung, eins? Die einsamste Zahl? Okay, Skara! Welcher Junge hat dich um den Finger gewickelt? Was, Wigman? Nein, Invisibili! Warum redest du nicht einfach mit ihm? Nein, wenn ich ihm zu nahe komme, höre ich doch, was er denkt! Was, wenn ich höre, dass er mich nicht ausstehen kann? Das könnte ich nicht ertragen! Was geht ab? Naja, Invisibili und Skara sind das perfekte Paar! Aber sie ist zu schüchtern und Billy zu still und er... Woah, 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 Billy ist doch mein Freund! Na, was geht mit dir und Skara? Wie? Oh! Stehst du nicht auf sie? Ich hab ein bisschen Angst, hier zu nahe zu kommen! Dann liest sie meine Gedanken und kriegt mit, wie sehr ich sie mag und dann... Dann flippt sie vielleicht aus, weil sie vielleicht nicht auf mich steht! Du musst versuchen, ganz offen zu ihr zu sein, denn nur dann kannst du die Wahrheit herausfinden! Ich kann das nicht! Das hat er gesagt! Wir können sie nicht mal austricksen und ein Date planen! Sie liest doch unsere Gedanken! Oh, ich hab grad ne Idee, wie wir das hinkriegen! Schlechte Nachrichten, Kumpel! Skara hat heute schon ein Date, heute Abend auf dem Friedhof! Und mit wem? Irgendeinem Kerl! Billy hat ein Date, heute Abend auf dem Friedhof! Skara wird völlig verzweifelt sein! Stimmt, wir dürfen ihr das auf keinen Fall erzählen! Oh nein, ich weiß von nichts! Stimmt was nicht mit dir? Ich darf auf keinen Fall an Billys Date heute Abend auf dem Friedhof denken! Billy hat ein Date? Mit wem denn? Ich komme noch zu spät! Oh, ähm, tut mir leid! Ich hab dich gar nicht gesehen! Ähm, ich glaube, du hast gleich ein Date! Ich, also... Was, ich? Du meinst, du hast ein Date! Claude hat gesagt! Draculaura hat gesagt! Ich mag dich! Ich mag dich auch! Was? Äh, sie sind zusammen? Oh, ich bin verwirrt! Ich sehe, hat bei euch beiden Gedankenübertragung stattgefunden! Es ist nicht leicht, deinen Telepaten auszutricksen! Wir haben unserer Draculaura nur ein Geheimnis anvertraut! Ich habe kein Wort gesagt! Richtig, musstest du auch gar nicht! Komm, ich bring dich noch zum Klassenraum! Du kannst Gedanken lesen! Hey, Operetta! Ja, selber, hey, Zuckerschnäuzchen! Mann, du hast ja gute Laune! Ich hab gerade einen Wettbewerb gewonnen! Ich darf meine Lieblingssängerin treffen! Crescenda von Hammerstone! Das ist ja Wahnsinn! Wie toll! Und wie hast du vor, dich zu benehmen, wenn du die Opernsängerin triffst? Ich bin halt einfach ich selbst! Ich dachte nur, du willst doch bestimmt auf jeden Fall vermeiden, dich zu blamieren! Wieso sollte ich mich blamieren? Crescenda von Hammerstone ist ein berühmter Star! Ja, sie ist eine Königin! Das, was ich auch bin! Und du nicht! Oh je, du hast recht! Ich will mich doch auf keinen Fall blamieren! Weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie sich eine vornehme Dame von Welt benimmt! Oh Mann, das riecht ja vielleicht lecker! Und jetzt wirst du mir beweisen, ob du weißt, wie man dieses Gericht isst! Nichts leichter als das! Das ist doch einfach! Was hab ich gemacht? Zunächst einmal war das eben eine Fangfrage! Eine Dame isst niemals Kekse und tunkt sie in Soße! Und wenn ich das mach? Ich bin so nervös wie eine neunköpfige Hydra in einem Raum voller Guillotine! Das musst du nicht! Ich habe dir beigebracht, wie sich eine kultivierte junge Dame benimmt! Miss von Hammerstone! Es ist mir eine Ehre, sie... Nenn mich Crescenda! Wirklich? Du musst hier nicht so vornehm tun, sei einfach du selbst! Hey, hab ich mich vertan oder hört man, dass du aus der Gegend von Gorlins bist? Aus Gnalston! Ich habe auch Verwandte in Gnalston! Wer weiß, vielleicht kennen wir ja sogar dieselben Monster! Liebete? Oh, Beirat! Dein Daddy war das Phantom? Das glaube ich ja nicht! Bei ihm hatte ich meinen ersten Gesangsunterricht! Diese Wedges sind aus einem Grund schon wertvoll! Weil sie mir gehören! Das war informativ und aufschlussreich! Oh! Nächster, Skelliter! Lauter! Skelliter, keine Angst, du kannst das bestimmt! Das wichtigste Objekt vor mich ist... Diese Heißkette! Meine Großmutter hat sie mir gegeben! Meine Familie trägt sie schon seit zehn Generationen! Und ihre Geschichte begann, als die Chefe der Brucherie, Bonampag, ein perfektes Geschenk für ihre Tochter suchte! Oh Mann, wird das jetzt schon wieder so eine romantische Geschichte? Dann brach plötzlich der Vulkan aus. Doch mit ihm im Chaos entdeckte sie etwas, das genauso wunderschön und einzigartig war wie ihre Tochter. Bevor sie es an sich nehmen konnte, wurde es vor ihren Augen zertrümmert. Aber Bonampag war sehr klug. Sie wusste, dass es immer einen Weg gab aus Schmerz und Tragödie, etwas Gutes zu machen. Und mit dieser Heißkette wurde das zur Tradition. Starke Frauen geben sie weiter an junge Mädchen, die erwachsen werden. Und egal, wohin es im Leben meiner Familie auch ging, sie blieb immer in unserem Besitz. Doch dann, als meine Abuelita noch ein kleines Mädchen war, gesah etwas Schreckliches und die Heißkette verswand. Es schien hoffnungslos. Mann, das zieht einen ja echt runter. Gibt's denn in der Story keine Autorennen oder sowas? Sch, Skellita! Wie bekam sie ihre Heißkette zurück? Meine Abuelita glaubte, sie war vor immer verloren. Aber dann erinnerte sie sich an die Lektion von Bonampag. Du kannst alles überwinden, wenn du das Gute darin ziehst. Durch den Verlust der Heißkette erkannte meine Großmutter, dass ihr ihre Familie am wichtigsten war. Und auf magische Weise tauchte die Heißkette wieder auf. Das war der stolzeste Moment ihres Lebens. Und als meine Abuelita sie mir gab, war das der stolzeste Moment meines Lebens. Und das ist der Grund, warum diese Heißkette das Wichtigste ist, das mir gehört. Man, so eine schöne Geschichte habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Erzähl noch eine, bitte! Wir können uns ja bei mir treffen. Klingt doch super cool! Ja, das ist es! Ich wusste, es ist praktisch, jede einzelne Ausgabe von Teen Preiche aufzubewahren. Welche Jahreszeit wollen wir nehmen? Nehmen wir den Frühling, die Jahreszeit, in der alles wächst und so schön blüht und Liebe in der Luft liegt. In der gleichen Luft schweben auch Pollen. Ich bin allergisch. Wir nehmen den Winter, das ist die Zeit der Stille und des Nachdenkens. Ohne Pollen gäbe es auch keine Blumen. Ohne Winter keinen Schnee. Ohne Schnee kein Schnee frei. Wie wäre es denn mit dem Sommer? Wenigstens kann man im Frühling immer rausgehen. Es gibt doch nichts Schöneres als einen Abend vor dem Kamin. Willst du damit sagen, der Winter ist besser als der Frühling? Das ist Fakt. Es gibt auch noch den Herbst. Im Winter kann man Schlitten fahren. Im Frühling Marienkäfer fangen. Auf einen Gletscher klettern. Gänseblümchen pflücken. Einen Schneemann bauen. Im Park spazieren gehen. Ich finde beide Jahreszeiten schön. Jeder hat etwas. Seht doch, wie hübsch diese Blume ist. Eisblumen sind noch viel schöner. Dahin ist mein grausiger Blutendurchschnitt. Oh nein. Kapiert ihr denn nicht, dass es keinen Frühling ohne einen Winter geben kann? Oder keinen Winter ohne Frühling? Wartet, das ist es. Abby, Cupid und ich haben erkannt, dass es ohne Winter auch keinen Frühling gibt. Und während eine Jahreszeit in die andere übergeht, ist am Ende nur wichtig, wie sie sich zu einem Jahr zusammenfügen.